Oh Creeper, du kleiner Wüchsen. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft Hydra. Und ich join auf dem Server. Jo, und wir sind mal wieder am Start. Ich splash mit Nickels Muffins. So, hab ich nur 30 FPS. Ich will mehr FPS. Komm, mach mehr FPS, du Scheißspiel. So, ich hab dir die Cordis schon durchgegeben. Ja, schön. Ich hab dir auch schon mal einen Kompass gemacht. Ich mach mir einfach noch einen. Oh nein, ich bin so blöd. Oh nein, ich bin da den Berg runtergesprungen. Und jetzt hab ich nur noch zwei Herzen. Ich bin so tot. Hast du, äh... Ich kann nicht mehr regnen. Ich kann nicht mehr regnen. Kacke, äh, kannst du mir... Da sind noch Schweine, da sind noch Schweine. Und ich bin, glaub ich, in so einem Märchenwald. Ach, hier so schwarz? Ja. Ich esse jetzt das Schwein, das ich gefunden hab, ohne zu bebraten. Entschuldige, aber... Ja, da ist es nicht rot. Ich kann jetzt auch wieder regenerieren. Ich hatte auch drei... Schafe! Schafe! Töten! Nicht töten, scheren und dann töten. Schere und dann töten, ja. Ich hab kein Eisen. Nein! Dann töten. Ich so ein herzloses Arschloch, ey. Töte einfach mal ein Schaf. So, ich mach mir mal... Oh, und ich hab zwei Hammelfleisch. Rammel? Hammel! Scheiße. Ich hab's aber mal kurz so... Das war's doch doch so. Oha, wir können schon Betten machen. Ja, zwei Stück? Ja, locker. Ich hab hier richtig viele Schafe. Ich schlachte die grad alle. Genauso wie alle Schweine, die hier sind. Die Erze kommen da auch mal rein. Äh, ich hab sogar... Hab ich grad ein Herz irgendwie aufgesammelt, Andi? Das gibt's ja hauptsächlich... Und mein Eisenschwert ist fast kaputt. Nein! Ja, ich hab für dich nur mal ein Steinschwert. Ja, hab ich ja auch noch eins. Ja, dann ist ja kein... Ein Steinschwert hab ich immer dabei. Steinschwert hab ich auch immer dabei, zur Not. Hab ich auch beim Hexeprojekt immer dabei gehabt. Mein Schwert hat doch 171 Schläge. Also hier steht 170, aber der Schlag 0 gehört auch noch dazu. Ähm, du, ähm, wo seh ich das? Äh, du musst F, also F3 plus H drücken. Und dann kriegst du dann das angezeigt, wenn du auf das Ding drauf gehst. Äh, du, du, Rebility ist das dann. Äh? F3 und H? Ja. Und wo seh ich? Wenn du dann auf, äh, in deinem Inventar auf das, äh, auf das, äh, Teil dann drauf gehst. Ah! Ich hab nur noch 77. Oha, das ist richtig wenig. Ich weiß. Ich hab 100 mehr. Also theoretisch 78, wenn der Schlag 0 noch dazu zählt. Hm, der gehört noch dazu. Nein, nein, steht da 0 von... Soll ich Schwarz-Eiche mitnehmen? Ja, unbedingt. Schwarz-Eiche ist richtig, richtig... Oder ist das normale Eiche? Warte, weil das sind so komische Bäume. Hm, nee, ist Schwarz-Eiche. Außerdem, die bringen, äh... Oh, Creeper. Du kleiner Wichsel. Du stehst immer schon beim Eingang, ne? Du wachst immer schon. Hast du dieses kleine hässliche Haus gesehen? Ja, ähm, das ist ein Koppelstorn. Nee. Auf dem Holz, also, das Koppelstorn. Oh, 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 oh. Oh, alter. Es geht bei dir ab, da, bei der Aufnahme. Ich würde die gerne sehen. Ich hab mich voll erschrocken wegen, ähm, Skelett. Boah, ich bin Gangster. Ich hab nur viele Fehlermaus getötet. Reicht erst mal ein Stecks, äh, so ein Schwarz-Eiche? Ja, glaub ich schon. Ich glaub, es ist es weit weg, dann, wenn sonst... Ja, dann ich nimm einfach mal zwei Stecks mit. Du kannst ja auch die Corsi mal aufschreiben, dann... Ich bin ein Fledermaus-Killer. Mo-ha-ha-ha. Ja, man merkt, so ein kleiner Mo-ha-ha-ha, das... So, kann ich auch mit Andesit... Ach, nee, Werkzeuge mit Andesit wär richtig geil. Ja, ich weiß. Und das ist ein richtig geiler Block. Ich bin grad zu heiß gelaufen. So, und ich hab schöne zwei Steinexte jetzt mir nochmal gemacht. Ich hab noch keine... Oh, hier ist Lava, übrigens. Ich weiß, diese... Da, wo wir gestartet haben. Oh, hier ist Gottgestein. Ja, hier ist Andesit. Kann ich brauche mal schnell ab, um zu demonstrieren, äh... Oh Gott, es wird Nacht. Oh nein. Guck, dann kriegt man dann vier Politen Andesit raus. Und der sieht halt viel geiler aus. Guck. Ist halt. Ja, ich soll gucken, äh, natürlich. Nein, ich meine, ich meine jetzt für meine Zuschauer. Okay, ich hab jetzt inzwischen schon über einen Stack. Oder? Ich muss mal was wegschmeißen, damit ich die da noch aufnehmen kann. Die hier. Ja. Ich find dieses Holz richtig geil, ne? Schwarz-Eiche? Ja. Äh, wenn du zuhause ankommst, ich hab den vier Dichter noch mal einen, ähm, Koppers. Ähm, äh, der liegt in der Truhe oben. Der zeigt dann, also quasi direkt zu unserem Haus. Und unser Startpunkt war ja da oben auf der Insel. Und... Ja, was heißt die Insel? Da oben auf dem Berg da. Na toll, das bringt mir jetzt sehr wenig. Ja, ja, wenn du halt da bist, hab ich ja gesagt. Ich hab auch einen Kompass, der zeigt auch in Richtung zuhause in der Höhle hier. Ich hab jetzt acht und zwei... Kannst du vielleicht mir nochmal die Koordinaten per Minekraft-Chat senden? Ja, kann ich machen, wenn ich oben bin. Nicht per Skype-Chat, weil per Skype-Chat ist ein bisschen unpraktisch. Ja, da musst du den Teil rausschneiden. Ist doof. Und ich hab ja sowieso... Wenn ich ja wieder raus hab, dann hab ich ein bisschen Angst, dass der wieder mein Skype nur aufnimmt. Das war ja das Problem letzte Folge. Letzte Folge, tut mir leid, die wird nicht erscheinen. Ähm, ja, deswegen hab ich erst... Haben auch nicht viel Produktives gemacht, also... Nö. Haben nun... Ich hab kleines bisschen gefahren, und das war's. Haben uns halt um die Farm gekümmert, haben uns halt darum gekümmert, dass wir nicht verhungern. Ach, hier kann ich eigentlich auch scheißen. So, jetzt, Z. Oh man, ich seh grad gar nichts. Äh... Dieser Märchen, Märchenwald ist richtig aggressiv, ne? Ja, vor allen Dingen, da ist Borse viele Mops. Hey! Z2... Okay, ich bin voll weit vom Z weg. Um die 200 Blöcke. Oha! Er hat sich viel. Ich hab aber keinen Bock, die jetzt abzurennen, weil ich wenig Essen hab. Ja, ich hab grad auch überhaupt kein Essen. Soll ich roten Pilz mitnehmen? Roten Pilz kannst du... Äh, hast du auch normalen Pilz? Also, den braunen Pilz? Ich baue grad, äh, roten Pilz erstmal. Ja, du kannst sie einfach mitnehmen, ne, mal da. Daraus, ja, können wir nicht so machen. Auch die neue Suppe, das kann ich wie die geht. Vielfalt mit Karotten, die neue, die alte geht aus. Ja, ich weiß, wie die geht. Roten Pilz und Braunpulz und... und zur Schüssel und... du kriegst dann drei Hungerkollen dazu. Ja, und das ist nicht schlecht. Ich hab acht rote Pilze. Wenn du neben so einem Pilzbiom bist, ne, also da wo Pilzkühe sind, dann hast du unendlich Hunger. Ja, aber das Problem ist, man muss sich mit... Ich hab ja Weizen dabei, theoretisch, wenn ich Pilzkühe finden würde, was leider, leider, leider sehr selten ist. Oh, Spinne, Spinne, Spinne von der Seite, Spinne von der Seite und tot. Ist das ein Killerhase? Ich glaub, da ist ein Killerhase drin. Einfach pisstig von da. Das ist ein ausgewachsener roter Hase, also mit rosen Augen. Einfach pisstig da. Das ist direkt gegenüber von uns, ne. Das ist ein Streck gegenüber von unserem Haus. Ich mach jetzt mal zwei Türen. Ja, Eichenholz, weil ich hab, komm, Eichenholz, du. Jo, wir kriegen drei Türen jetzt ab sofort, ne? Ja, ist auch mal was Schönes. Man kann ja stecken, das auch. Also, und ich find jetzt auch geil, dass man halt jetzt halt... Oh, ne, ne Hexe, nein, 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 verpissen. Huh. Oh, die hat mit nem Trank beworfen, aber mich nicht mehr getroffen. Ja, das ist, das ist gut. Ach, diese Cobblestone-Zeug. Ich hab Hühnchen. Raus da. Also, Essen haben wir jetzt, glaub ich, äh, soll ich... Oh, Braunpilze. Ich werf mal grad was weg. Andi kann ich erstmal wegwerfen. Find ich mal nicht nur. Das Zeug, das brauchen wir aber nicht. Kann ich zur Not nur hier noch mal abbauen, weil die haben wir richtig... Ja, du hast ja, du brauchst ja, du brauchst ja nur für... Äh, du hast das... Du brauchst das jetzt... Ja, der ist tot. Oh, Creeper, Alter, was geht hier ab? Bei mir geht's auch ab, hier Pilze zu farmen. Ähm, bald wird auch die... Wir haben, ähm... Es wird, äh, einmal im Monat eine einstündige Folge kommen. Das hab ich mir jetzt gerade mal so überlegt, weil... Dann braucht man nicht immer nur so kleine Häppchen gucken, dann kriegt man das mal in einem durch. Was willst du? Was willst du, du Kerbenzombie? Okay, jetzt langsam muss ich... Oh, nee, ein Griefer, ein Griefer, ein Griefer. Bums. Ich, äh, mach nicht mal den Boden aus Holz. Noch Zombie. Zombie, hol deine Kollegen zurück. Ich mach den Boden einfach mal aus Holz. Äh, ich werd mal ein Birkenholz. Ich hab ja aus Holz, da. Ähm, also ich bau doch aus Schwarz-Eichenholz, habe ich mir jetzt so gedacht. Ja, ich mach diesen kleinen Boden hier, äh, aus unserem kleinen... Mini-Hausch... Ach, Mann! Ich muss jetzt... Äh, okay, ich esse Rottenflash. Wir müssen nur mal aufpassen mit der Zeit, ne? Wir nehmen jetzt, äh, neun Minuten auf. Ja, guck, wir haben noch sechs Minuten. Oh, nee, ich bin... Bin in Richtung Z zu weit gelaufen. Ich muss mich jetzt ein bisschen zurücksputen. So, F3, F3, so, äh, T. Ja, gut. Y ist egal. Und X ist... Auch um die... Gibt's da... Okay, dann weiß ich... Hä, aber da ist doch ne... Da ist doch Sand. Warte, ich brauch erst mal wieder was zu essen. Äh... Ja, was kann ich essen? Äh... Ja, das ist richtig. Ich esse jetzt einfach mal ein Hühnchen. Äh, Hühnchen-Kakatsu-Hunger vom Kriegen, ne? Wie bei... Ja, aber... Ja, aber ich hab keinen bekommen. Aber ich find das jetzt auch seit der 1.8 geil. Dass man jetzt hier sieht, äh... Mit, äh, Tab, dass man jetzt auch die Köpfe sieht. Das sieht richtig... Okay, mein Schwert ist kaputt. Mein Eisenschwert... Ich bin dein Steinschwert. Ich schlach hier grad richtig viele Schafe. Okay, grad nochmal zur Action. Einfach nochmal raus. Obwohl ich... Jo, da ist ein Zombie mit einer... Verzauberten Eisenschaufel. Jo, drei Zombies. Das fängt ruhig. Ich schläft... Ist das ein Kanickel? Ja, schlacht das Kanickel mit. Okay, der Kanickel ist mir tot. Danke, Creeper. Wow! Apropos Creeper. Hier haben wir einen Creeper explodiert. Ich kann nicht mehr rennen, oder? Hä? Ich glaube, ich bin jetzt zu Hause, ne? Jo, scheiß bei mir. Alter Enderman. Leute, was ist hier los? Und in dem Haus ist ein Skelett und ein Enderman. Ja, warte. Ich bin grad dabei hier... Ich muss mich grad um mein eigenes Überleben kümmern. Enderman angucken. XP könnte ich noch rein, aber... Okay, ich bin in der Nähe. Ist der Killerhase weg? Der ist in der Höhle, also der ist weiter von hier entfernt. Aber du musst aufpassen, direkt vor unserem Haus ist Enderman und Zombie. Und der Enderman steht auf unseren Öfen drauf, also... Ich bin an unserem Lava-Fluss. Nein! Nein, kein... Nicht runterschubsen, genau. Gute Spinne. Wieso denn? Ja, ich bin an unserem Lava-Fluss, wo wir das Projekt gestartet haben. Junge, Alter. Ich glaube, wir haben uns alle in die Richtung verpisst, ne? Nach rechts haben wir... Du hast einen Tag Upload-Verbot, wenn du stirbst, ne? Was ist hier zur Hölle los? Jo, bei Tagreifen hier war immer noch so nicht dran. Äh, ist noch gar nicht so, was ich trage. Äh, so, eh. Ich muss mal bei K. gucken. Ich bin nicht getroffen, aber... Okay, ich muss mich mehr in die Richtung. Ich hab' das ganzen Regeln eigentlich gar nicht richtig mitbekommen. Ja, das ist natürlich schlecht. Äh, du hast halt einen Tag Upload-Verbot, weil... Okay, ich bin mal... Ich bin mal Hero? Ja, so ähnlich. Alter, ihr war gerade richtig die Hölle los. Ich glaub, da sind zwei Hasen. Ich hab' Angst, dass es der Killer-Hase ist. Da ist ne Hexe in uns. Die sind zwar einfach zwei Witches. Leute. Wow, noch ein Zombie. Alter, ich bin fast down. Ich hab' vier Herzen, aber kann ich regenerieren. Alter, wie viele Tiere sind hier? Es ist richtig heftig. Ich bin richtig abgeschlachtet worden. Alter, wie viele Mobs hier sind. Ich mach' mir mal nen Bogen. Oh Mann. Scheiße, wie ging denn das? T219. So, wie wird die Zahl kleiner in die Richtung? Okay, ich dürfte jetzt gleich echt da sein. Scheiße, ging nochmal da Bogen. Ah ja, richtig. Genau so, jetzt weiß es jetzt wieder. Ja, ich bin zu Hause, hallo. Hallo, Hero. Hallo, hallo. In der Kiste liegt ein Kompass für dich. Oh, danke. Oh, da, ah, nee. Ein Kompass. Ach so, ich pack mal ein bisschen Lappes rein. Äh, alter Schwede. Wir haben ein richtiges Essenproblem. Nö, gar nicht. Ich brat jetzt das Hammelfleisch und da haben wir richtig viel Fleisch. Ach so. Du hast was mitgebracht. Ja, la, 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 Schi. Na, Schi, hab ich was mitgebracht. Also, da. Ich nehm mir mal... Sag einfach Schaffleisch und Haselfleisch dazu, okay? Ich, ähm, muss dringend essen. Ich hab null Hungerkeulen. Also, das Essen, was jetzt rauskommt, brauch ich erst mal. Tut mir leid, aber ich brauch es. Ja, ich hab vier Herzen und eine Kölner. Da liegen Eisenschlüssel drin. Ich weiß, ich hab mir gerade vorhin aus Versehen ein paar zu viel gemacht. Für, äh, jetzt einen aus unserem... Liegt noch was drin. Nicht anderen. Ich, äh, hab noch zwei Kartoffeln. Ich glaub, Kartoffeln haben wir gar nicht angepflanzt. Mehr. So, ich bin jetzt... Kann jetzt wieder vollrecken. Und ich werde mir auch ein eigenes Haus bauen. Äh, aber erstmal beeinten wir die Aufnahme. Ja, die nehmen jetzt... Ja, so in die Viertelstunde, ne? Ja, wir haben vier nach angefangen, haben jetzt 22 nach. Wir haben fünf nach angefangen. Ja, ist ja auch scheißegal. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.